jo leute und damit willkommen zurück zu The Binding of Isaac After Brows beim letzten mal ähm sind wir ein bisschen ja vorletztem mal sind wir ein bisschen in Gottesraum gekommen oder Engelsraum und danach haben wir wieder voll hoch verloren so und sprechen kann ich auch nicht wie immer naja ich muss halt noch einiges echt mit dem machen ich würd sagen ich mach mal noch mit Isaac weiter bevor ich weiterquatsche die ganze Zeit oh ok Double Short oder ne jetzt ziehen wir es hin oder was war das jetzt keine Ahnung ich heul mehr weiß gar nicht ob das was gebracht hat ich glaub ja nicht hallo nein ne mich kriegst du nicht vergiss es ok also läuft schon mal es läuft schon mal gut und Schüsse ja so ein bisschen läuft das schon also ein bisschen mehr als ein bisschen bumm bum 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 die machen echt mehr Schaden morgen muss tick aha will ich aber dafür nicht nutzen ich guck aber mal was ich guck aber mal was ne natürlich mal die letzte einzige Bombe verschwendet dafür warum auch nicht ist ja auch egal was solls ne rage man ja nein auch der mal mit seinem komischen Kopf ey ouch und ich renne direkt da rein weh und werd schon wieder getroffen ist klar ja steck mir den Kopf ja gleich noch einen zweiten dazu ist richtig wow war das Kinderbebel haut ab na geh doch schon wieder dein scheiß Kopf ja hau ab ja stimmt ja umso mehr Schaden der nimmt umso er er spawnt der scheiß umso mehr kann er spawnen ich brauch mehr Damage ouch sterb ouch nein nur weil ich auf den geachtet hab eben wurde ich getroffen er ist weg alles klar nein vergiss es oh weg mit dir oh scheiße ey naja für die paar Münzen mhm nee hebe ich lieber für den Goldraum auf für die nächste Etage ja okay ouch natürlich doch ouch fuck diese scheiß Spinnen ne hoho das war knapp nein haut ab ein halbes Herz igitt igitt sterb und bin tot das ging viel zu schnell eben ah ok machen wir so haben wir gesättet portion bombs ok ja das läuft schon mal gut vielleicht sollte ich halt eigentlich nicht sagen dass das gut läuft oder läuft das vielleicht scheiße hat man ja gerade gemerkt naja was solls yo so trümmer mal alles diese Spinnen hier ne hohoho das war knapp eben wow fast reingerannt ouch what das war gemeinnähmend naja halbes Herz abgezogen mach mal komische Geräusche so die Beute sind immer ganz gut weil da einiges drin ist die gefallen mir zack oh zwei Stück vielleicht läuft das für euch gut ähm ja komm minzen toll na du 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 Joker ok ja lass mich nein keiner ist tot so ich würde sagen das Baby nehmen wir nicht aber wir nehmen den Brimstorm yo obwohl ja nee wenn wir das das Ding jetzt nehmen haben wir keinen normalen Herzen mehr das kann tödlich enden das geht nicht das könnte echt tödlich enden besonders wenn ich spiele ne ne das für mich tödlich ne ne das für mich tödlich ne hui schon bessere Attacke schießt das mal schön da durch holen wir uns hier noch mehr Herzen und ne Bombe also kann man sagen keine Verschwendung gewesen von ne Bombe komm lass dir Geheimraum sein yo geht doch hey toller Geheimraum na toll bringt ja gar nix ähm ja wo können wir jetzt weiter Raum sein das ist gerade die Frage vielleicht hier ne okay lass mir obwohl vielleicht ja auch hier komm probieren wir aber aus und da ist er aber probieren und so haben wir die Bomben auch wieder die wäre eigentlich oder ach so okay na gut gib mir Münzen ab keine Spinnen wie gemein naja der kleine Scheißer wow hehehe Rhymstorm ist echt gut hau ab ouch und weg war damage in range up okay also bis jetzt läuft das bis jetzt kann natürlich wieder nach hinten losgehen nein 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 okay trick it okay okay ach ja na komm judgment judgment ich weiß ich weiß gar nicht mehr ich weiß gar nicht mehr ach so das war der ja ouch 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 gib speed up hier speed up und shot speed okay war eigentlich nicht so schlau eben naja was soll's egal ich will ja schon sehen wenn das ein fehler war wow die ganze fliegen immer okay geht ja da ist der gold raum vier schlüsse haben wir drei noch speed down und heals up hp up oh das ist besser schon mal etwas besser wieder also war das kein großer fehler wir haben keine bomben shit weg irgendwo ist da noch was da mal rumhüpfen vor allem die range von dem ding ne naja der ist echt super na was kriegen wir jetzt was gibt's oh nee damage up nein das wollen wir nicht zack und zack okay nochmal kurz in den anderen raum schauen wir was für deine kisse haben na und was ist denn drei bomben also das war gut das war echt gut hätte ich auch für den schlüssel nutzen können aber so war es doch besser na und tschüss wow fuck warum das krieg ich auch immer nur hin nur ich falschen knopf zu drücken op tears up tears up tears up forever okay i can't see forever irgendwo ist hier gerade geheimraum aufgegangen wahrscheinlich da unten da oh wie praktisch das jetzt war ne aber leider gab es hier nichts drin hm sollen wir nochmal in den anderen raum gehen ich würde sagen ja ja gut ja gut oh okay weg waren die ähm ja ja spektral tears follow your move shortings touch established tears naja ne ich nehm lieber den hier dann und was haben wir hier drin natürlich ja gut rüstungsteilzweck ne aber was solls ah guck mal sollen wir jetzt noch einen kleinen schweißer der schießt den haben wir da monst stirbt monst stirbt monst und tschüss weg ist er ja da waren wir eben schon drin oh hp ab da war nichts mehr drin ne okay weil da geht's ja ist das dein Ernst muss ich echt Schaden nehmen um die zu kriegen ja gut ist egal hauptsache ein paar Münzen und so extreme Gegner sind er ist ja hier nicht und ich bin zu doof richtig zu treffen na tschüss du auch da oben tschüss eine Münze ist das euer ernst ich kann nicht fliegen slowdown anyways yo achso das ist eine einsetzbare Uhr alles klar haha war ich nicht das war ich nicht yo wow ist richtig ist richtig wollt ihr mich verkackern ich soll da reinrennen um Schaden zu nehmen ähm challenge ab ist das gib ähm okay wow raus hier haha fuck das ist gemein wenn da eine Explosive Pille drin ist und du das einsetzt mhm ups falscher Knopf wieder falscher Knopf wieder tja immer wenn man den falschen Knopf drückt passiert sowas und wer ist hier achso die haha war ich nicht ich war ganz lieb ganz artig oh yo her damit I feel the luck haha haha also bis jetzt läuft das her mit den Münzen her mit dem Herz das nehmen wir mit und das jo I feel the luck das ist der Boss den machen wir natürlich noch nicht aber erstmal in den anderen Raum müssen der da unten noch ist der nix bringt nein und die kriege ich ja auch nicht weg toll naja egal haben wir denn noch irgendwo was nee komm ich jetzt in den anderen Raum eigentlich rein weil ich komm noch herzen ab glaub nicht ne doch ok so komm ich da auch nicht ran ohne Bomben shit naja was solls komm vor ist nicht so schlimm wir haben auch nur zwei Schlüssel also was solls der 90er Skelett Key wär wieder gut haha lalala jetzt kann ich fliegen cool nein 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 wow und ich geh noch direkt da rein er ist weg stirbt range up ok mehr hatten wir hier nicht ne mehr können wir auch grad nix machen ok weiter geht's nur ne plitschplatsche Ebene das ist auch ne komische Ebene hier gar nix weg und tschüss ok double brimstone oder was ist das euer Ernst kann man ja eigentlich machen ne obwohl ne komm wir nimm das mit ich glaub das lohnt sich ja zwei Bomben hm ne weil da will ich's grad noch nicht probieren ouch oh fuck Mist ok ich darf nicht da testen so nehmend rack oh war das knapp jetzt krieg ich voll die Bomben und weg ok aber bis jetzt ich brauch mehr Herzen unbedingt ach komm stirb ok gehen wir hier lang ok gute Wahl das war ne gute Wahl Schatz Stash den kenn ich gar nicht ähm bam schade keine Pimper ah jo ach ne doch den kenn ich ja alles klar mh sah halt eben nur so aus Nein schade 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 das ist auch mal gemein so was naja mach mir so ey das ist mies das Ding ok ein herz haben wir schon was gucken es müsste hier dann sein wenn schade oder hier auch nicht okay dann nicht nein lass mich ja okay natürlich alles zu wenig wieder schauen wir jetzt mal was wir haben stepp doch mal ok war ein bisschen nächsten rum ja ist klar könnte ich hier rausbomben ja aber ne sparen wir uns die bombe lieber auf sicher sicher ok strange mal schauen ich wollte es gar nicht mehr auch hier hat mich als stecker gemacht ne strange mich ja dass gott krieg hier könnte in keinem raum sein natürlich ist aber auch der andere boss raum könnte dann auch halt hier sein das war ein falscher knopf naja was solls wir haben ja alle räume hier hätte ich das fliegen gebrauchen können ne go gutii haja hejau nein hehehe weg ist er das war relativ einfach oh her damit ach ne mehr drops von poop ne mehr drops von scheiße ok naja ne ich nehm lieber lucky mit ok weiter geht's nachdem die erste Runde so scheiße lief läuft das jetzt echt gut echt gut ok hierfür bräuchten wir ne Bombe alles klar die haben wir aber nicht vergiss es ja komm ok hat sich so ein bisschen gelohnt weil wir die Schüsse wieder bekommen haben die kriegst auch voll leicht erledigt so schrei eischen und tschüss ok das war's haben wir uns zwei bis wo ist es uns jetzt verloren naja hätte was besseres kommen können aber hier schwappen vor die herzen jetzt dann wissen wir wo wir herzen kriegen wenn wir welche brauchen nein hau ab du auch ähm ja fette Fledermaus ey und tschüss oh noch mehr Coins alles klar das da immer irgendwie was kommt ne war ja klar aber ohne Bombe kommen wir da nicht rein ja und da brauchen wir Bomben um das kaputt zu kriegen oh toll ouch naja vorgegen ihr rums ok Powerpill Explosivpill okay da war nix drin oder ist klar hätte ja klappen können hätte ja klappen können hätten wir da einsetzen können toll Explosiv Dummy ja nix klar obwohl guck mal her ach wir haben keinen Schlüssel mehr fuck boom das hat nichts gebraucht toll naja gut kein Schlüssel mehr das war knapp nein ouch ouch ähm ja jetzt haben wir den Schlüssel wieder ne ich wollte da noch nicht rein nein so ein Boss war die noch nicht und tschüss der war ja schnell weg aha nur ohne Bombe bringt das Ding jetzt ich weiß nichts mehr hm obwohl ich mach mal so ach obwohl wir laden das Ding erstmal auf und nur das klappt ach guck mal der Kleingeldmann weg ist er weg ist er und wir haben eine normale Bombe bekommen alles gut bum 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 wir können dann wir können mit dem habe eine Untertitelung des ZDF, 2020